. 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 Leichte Beute Das ist der fette Spiderman Der dicke Spiderman Jeder hat 5 Euro dabei Das ist 63,01 Euro Ein Dirty bitte Bruder, was machst du da? Ich wollte ein Dirty Ich wollte ein Dirty Wow, clean man, motherfucker Okay, ich muss zugeben, der Wurf war jetzt nicht so clean von mir, Dieter Aber ich sag dir jetzt was noch cleaneres Pass mal auf Wow, clean man, motherfucker Rewe ist in die Richtung Oder Edeka Hast du ein Alkoholproblem? Wie bitte? Hier ist kein Alkohol Ganz klare Sache Also ich trinke am Tag so meine Zähne isotonischen Eis gekühlt müssen sie sein Weil sonst funktioniert es nicht Sonst schlägt sich der Alkohol durch Man muss halt das gewisse Mindestalter von 16, glaube ich, erreicht haben Für ein Bierchen Also verstehe ich auch gar nicht Ja, ich habe mein erstes Bier schon mit 8 Jahren getrunken In der polnischen Kneipe Und sie saß am Automat Ich finde Rogen viel schlimmer Ich meine Rogen Hey, let me get a mint Hey, let me get one too Hey, let me hold one Hey, you're a mess What the dog doing? Hey, ich möchte ein Gib mir ein Ich möchte auch einen Gib mir ein Hey, ich will auch eins Was ist der Hund anrichten? Ist es hier gar nicht? Als der Typ da heute Morgen aufgewacht ist War er noch weiß? Ich habe gar nichts gemacht Stabil Hey, ich habe Hey, ich habe Ah, da müssen alle kommen Ah, Pizza Peperoni Hey, ich wollte gar keine Peperoni Ja, was willst du denn, du kleiner Jarad? What the fuck? Ich habe eine Was ist hier? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Es ist da? Ich habe eine Ich habe keinen Ne? Was ist los? Versuch, versuch, ist wirklich gut. Versuch, nimm einen Schluck. Ist nicht mein Fe... Ich mach es nicht. Punkt. Drei Worte. Ich mach es nicht. Vier. Drei. Einfach nochmal weiter filmen. Häh? Häh? Ich mach es nicht. kommt. Note 6. Du bist nicht mein Kind. Kann gar nicht sein. Ich glaube, die haben dich im Krankenhaus verwechselt, weil man IQ höher von Einstein. Note 5. Du bist adoptiert. Du bist immer noch nicht mein Kind. Note 4. Wegen deiner Mama. Weil normalerweise, ich bin schlau. Wegen deiner Mama vielleicht bist du. Man weiß nicht. Note 3. Stabil. Ist okay. Ist okay. Du kriegst zwar weniger Geld von mir, aber ist okay. Note 2. Ueyo. Doktor und so, habe ich gehört. Mein Sohn. Note 1. Geh raus aus meinem Haus. Streber. Was soll ich mit dir anfangen? Die ganze Zeit 1, 1, 1. Schreib 2 oder 3. Reicht. Eins ich will nicht haben. Hey, our smallest sword is right over here. It's Link's master sword. It's super tiny. Ist ja nicht so klein. Oder? Normalig. Normal. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mir bei solchen Mitteln so unsicher, wie das jetzt aussieht. Oh, katastrophisch. So brauche ich auch deine Meinung. Ey, ich kann einfach nicht auf meine Füße auftreten. Das ist so eine schlimme Sache. Das ist so, so, so schlimm. Mach mal deine Augen zu. Siehst du was? Genau so ist mein Leben ohne mit dir. Mach mal deine Augen zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017